uns fehlt noch einer auf jeden fall vaneta so vertrauensvoll wie ein fremder der die gegenüber den anderen will ja es ist sehr sehr schwierig war die da einzuschätzen diesbezüglich immer ja 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 okay aber wir wollen nicht und so sondern das ne gehen wir mal hier an so an die leiche zu gucken bitte nicht falsch verstehen also wir können sie ja hier auch mal drehen aber ich gehe mal davon aus dass die das sein wird da kannst du machen was du willst die wollen vor unseren augen auf und die hat den mund offen und die stinkt am hals irgendwas fehlt doch noch hey vaneta ich hab dich doch gesehen du schlinge hinterm schrank verstecken das sind mir die richtigen ach so das ist doof was ich hier mache ich muss das ja erst mal eintragen hier aber hier mal ganz schnell eine floppe Junge da waren schon wieder ein paar schöne dinge bei ne jetzt also wo schon wieder einige die man definitiv noch nicht kannte linker arm rechtes bein das war's und kopf nein also ich hab du ja warte mal an die ich muss ja eh nach vorne hat das weg sind das nach so und action wir brauchen die schleichen da noch die liegen da vorne noch rum ich glaube ohne die kriegen wir den ofen nicht an glaube ich ich will auch was willst du auch marisa ab heute auch eine zigarette gezogen ernsthaft warum hast du das gemacht warum hast du das denn gemacht losti warum verzieht sich das bild gerade warum man manua und marisa wenn ihr schon drin seid und lange weit habt könnt ihr auch gerne ein bisschen liken den stream ich bedanke mich jetzt weiß ich nicht warte mal was so sag mal anime lx love anime guten abend hallöchen körper valvanita ich dachte du hast keine bits mehr hast du mich angelogen hast du mich angelogen ach das geht ja nicht das geht auch nicht ihr lieben dankeschön für eure biddies und dankeschön für die likes bei tik tok ich bin gekommen ich auch dankeschön für eure mit nein es ist einfach alles komplett anders als beim letzten mal ne was passiert da ja das ist eine gute frage marisa ach gott oh hier darf man rauchen bei tik tok wäre ich da vorsichtig das ist mir scheißegal und wenn tik tok mich sperren würde das ist mir egal und man kriegt eine einschränkung bei tik tok wenn man raucht ja und wenn die mich sperren dann ist es halt so ähm und hierbei tschüss darfst du alles machen was legal ist also alkohol trinken und rauchen danke für eure bits dankeschön der nete hat mich angelogen was ist jetzt hier los man das ist aber unbequem mein freund da tsching das ist immer ein groß einkauf wa die beiden so schwer für die kleine rebecca mir fehlt ich kann nicht ja was fehlt denn dir denn wo bist du denn hier das frage ich mich auch in der hölle wahrscheinlich du hast ihn gerettet geetetet du hast seine liebe mit einer selbstsüchtigen sünde weggeworfen in seinen letzten momenten hat er dich bereut so nämlich schlag ihn los schlag ihn kinder wo rein was für ein deutsch Klopft den Dämonen einfach zusammen, geht schon. Einfach zusammenballern, das Vieh. Ist echt so. So, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Amy und an Vanita für die ganzen einzelnen Beanies und die schönen Klingelings. Och, ich hasse es, wenn die Tür immer zu sind. Wirklich, ich mag das nicht. Mach das auf. So, Zettel. Sofort, okay, wieder die drei. Wichtig und richtig, Vanita, wichtig und richtig. Okay, wieder die drei, dann könnten wir es eigentlich schon zusammen puzzeln. Und die setzen wir mal da rein. Wir haben zweimal diese drei und einmal das P mit diesen Punkten. Wir gucken am PC. Zweimal die drei, nein, 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 nein. Das könnte es definitiv sein. Maß Z. Das könnte es sein. Dann wäre es das komische H mit dem Strich. Gucken wir hier nochmal. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Marisa. Danke für dein Vor... Hast du noch einen Account, Marisa? Mich haben heute ohne Scheiß Zwölfjährige gefragt, ob ich den Kippen kaufe. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie traurig ist das denn bitte, ey? Zwölfjährige. Wieso? Hast du Passwort vergessen? Bestimmt, wa? Aber vielen lieben Dank, Marisa. Ist doch viel angenehmer hier bei Twitchy. Okay. Die richtige drei nach oben und die kaputte drei nach unten. Hör auf, Oma. Wirklich. Och, ich will nicht. Ich mache hier gerade was. Ach, komm her. Nee, jetzt nicht mehr. Nee, der Zug ist jetzt abgefahren, Amy. So. Das haben wir ja schon zweimal gehabt jetzt. Das ist ja das dritte Mal jetzt. Ist ja auch okay. So ein bisschen den Arm aufschlitzen wäre sie. Oh, ist ja alle. Oh, what's wrong, Rebecca? Don't be afraid of your Was für eine Uniform? Kommt halt drauf an, was für eine Uniform. Das ist langweilig. Ja, so das erste Mal war es ganz, ganz witzig, ne? Aber jetzt ist es halt nichts mehr. Das ist schon richtig. Okay. Boah, ich hab's wieder vergessen. Die heile drei nach oben. Die heile drei nach oben. Der kommt dahin. Wer kommt da hin? Wer kommt da hin? Der kommt da hin? Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Horrorspiel Motuary Motuary Assistant Oh, jetzt Du musst halt die Leute einbalsamieren und den Dämonen finden Bundeswehr, ah, okay Dass sie sich das trauen Ja, das verstehe ich auch nicht Das ist krass Da sieht man aber, dass sich in der heutigen Zeit sehr viel verändert hat, ne? Was das angeht, auf jeden Fall So, Flüssigkeit, ne? Was? Ich bin nicht Becky Ich bin Stefan Äh Ich bin nicht Becky Oh, das hast du schon Ja, dann Was brauchen wir da jetzt noch? Guter Mat und Formidable Ah, das war's ja nicht Ähm Wo war das andere? Schere Schere Oder Klemme Ist ja keine Schere Ist ja ne Klemme Äh Schläuche Skalpel Klemmen Schläuche Zurück Puhu Puhu Darf er das kaum auf den Chat Guckt So, ja, ja Aber ich Hab ja jetzt noch nie Äh Die Landscape vorher gesehen Haben wir ja auch gerade Wenn ein paar neue drin sind, ne? Warum ist das Licht da hinten aus? Wenn ein paar neue drin sind Will man ja dann auch nicht Die ganze Zeit Den Shit missachten, ne? Oh Tür zu Licht aus Na, was ist denn los? Komm mal her Haha, bin ich mutig, Junge Okay Ja Die redet doch hier mit mir Die sagt immer Becci Ich bin Stefan, hab ich gesagt Hä? Achso Äh, Drucker Ist schon alles kaputt Der ganze Bauch ist schon im Arsch Was? Boah, der Zeitling trifft es eher Hä? Ich bin doch hingegangen Hast richtig Eier bekommen Was ist da los, Ursula? Ja, sag ich doch Wer hat denn die so zugerichtet? Der Dämon Also ich gehe davon aus Dass hier der Dämon drin sein wird Die wurde vor unseren Augen Aufgeschlitzt tatsächlich Äh, jetzt Reiniger Immer wenn ich nicht hingucke Sagt sowas Sollen wir mal den Flowcleaner Ähm Hier Nein Sag mal Hör auf mich Becci zu nennen Mach das auf Die Musik verstummt Kannst du sagen was du willst Das ist die Das ist die Du bist ja ne süße Maus Kurz Gänsehaut Hatte ich schon bekommen Ne, aber Ja, die Ja Das wird die sein Das Die anderen waren einfach Alle viel zu ruhig Ohohohohoh Ja, die hat ja auch gewaltig den Fuß gestoßen Jesus Ich hätte jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass noch was kommt Geh weg da Geh weg von der Boah, Leute Nee Bist du so sicher? Ziemlich sicher bin ich mir Oh, ich will hierhin Oh, ich will hierhin Oh, zum Zwei Endings, ja, also zwei Enden habe ich leider erst Ich weiß, was die anderen Enden sind, aber Da brauchst du auch gewisse Visionen für, ne? Hallo, Sufti, grüß dich Ich muss mir nachhelfen Ich lag falsch Ich lag falsch Oh, ernsthaft? Sufti, wie geht's dir? Alles gut bei dir Nee, doch nicht Ich hab's schon zweimal geschafft, Vanita Ja Ja, und selbst? Ja, doch auch Doch, bei mir ist sofort auch alles gut Ich glaube, es ist doch richtig Gönn dir, Amy, gönn dir War doch richtig Aber es ist trotzdem kein neues Ende Ein Besser mit zwölf Verbrannte Leichen vier Zwei davon waren richtig, zwei waren falsch Naja, das ist ja hervor Abgeschlossene Schichten vier Überstandene Besessenheiten, zwei Verbrannte Dämonen, zwei Ein Besser mit den Leichen, zwölf Verbrannte Leichen Ich hab ein anderes Ende freigeschaltet? Ah, ich weiß, okay Stimmt Das ist das dritte Ende jetzt Man muss zweimal hintereinander die gleiche verbrannte haben Beim letzten Mal haben wir die richtige verbrannt zum Schluss Und jetzt haben wir das zweite Mal eine verbrannt Also ist es das dritte Ende Das Eine Ende ist Muss man abschließen, wenn man den Keller betreten hat Den kann man aber erst betreten, wenn man Die Version hat, um den Code zu kriegen Und bei dem anderen Ende muss man ihr was in die Hand reinlegen Aus dem Schub Glaub ich zu meinen So Wir machen natürlich Eine Schicht machen wir auf jeden Fall noch Wir machen natürlich 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 Wir machen natürlich